Hallo Leute, willkommen zur Battlefield 4 News. Tja, wie ihr seht und wie ihr bestimmt schon selbst festgestellt habt, ist das alles, was wir sehen von der Beta zur Zeit. In Kürze. Tja, hm, mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Ich sitze hier und warte und warte wie ein Bekloppter. Tja, da werde ich wohl noch ein Weilchen warten müssen, ja. Deswegen, ich kann nichts dran machen. Ich hätte schon längst ein Video gehabt, wenn ich denn könnte. Also, kann man nichts dran machen, muss ich noch warten. Sobald was da ist, habe ich eins. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss.